hallo zusammen wir haben für euch heute hier einen tipp frei auf der homepage kostenlos zur verfügung gestellt aber bei diesem spiel daniel medvedev gegen david guffard bei den australian open gibt es einen wahnsinnig guten tipp mit viel value den wollen wir euch nicht vorenthalten gehen wir das ganze kurz durch daniel medvedev ist in der weltrangliste knapp besser platziert als david guffard vor allem würden wir auf den rosen setzen weil er ist in einer absoluten top form er hat in den ersten beiden runden zu den nächsten gespielt gegen harris einen jungen südafrikaner dann hat er glatten drei sätzen bezwungen 6 16 261 er hat dabei herausragende zahlen geliefert er hat kein einziges break zugelassen und hat über doppelt so viele direkte punkte gemacht als fehler also 27 13 fehler ganz stark noch besser was dann in runde zwei dort traf er auf ryan harrison einen amerikaner der auch in den top 100 steht auch ein solides hartplatztennis spielt und da war er noch stärker 6 3 6 3 6 3 ganz klare sache hat nicht mal einen einzigen breakball zugelassen also bisher ohne aufschlagverlust medvedev in einer überragenden form seine bilanz von gewinnern zu fehlern war ich habe es mir aufgeschrieben mal 32 zu 7 also hat nur sieben vermeidbare fehler in dem kompletten match gemacht das ist eine absolute wahnsinns bilanz also medvedev mega gut drauf wer den rosten kennt 22 jahre der kennt der weiß super talent der kann einem guten tag eigentlich wirklich jeden schlagen das ist eigentlich unser hauptgrund wieso wir auf bei diesem spiel auf medvedev setzen würden sehr aufschlagstark haben wir gerade schon angesprochen hat bisher kein einziges break kassiert in runde zwei sogar nicht einen break nicht einen einzigen breakball zugelassen also wahnsinnig stark im gegensatz dazu david coffin einen etwas schwächeren aufschlag wenn wir uns in belgier angucken hat in runde eins auch keine probleme muss hat allerdings einen aufschlag trotzdem einmal abgegeben in der zweiten runde gegen mario skopil hat er sogar zwei breaks kassiert und einen satz verloren also coffin nicht ganz so solide zwar relativ problemlos und souverän weitergekommen in die dritte runde aber nicht so stark und hat einfach auch keinen so guten aufschlag der belgier er ist recht klein er ist physisch stark er ist defensiv stark konter stark aber er ist nicht so der wahnsinnige aufschläger deshalb wird es in dem spiel medvedev einfacher sein breaks zu landen als anders herum hier noch ein wichtiger grund coffin agiert gerne von der grundlinie dasselbe gilt für daniel medvedev warum das ein vorteil ist für den russen liegt eben daran dass er aktuell in der sehr sehr guten verfassung ist und selbst kaum fehler macht medvedev in den letzten jahren wurde von den topstars meistens noch geschlagen indem man gegen ihn variabel spielt das heißt wenn man gegen ihn angreift ins laufen bringt ihn auch mal ins netz holt mit einem stopp dann macht der russi fehler wenn man gegen ihn nur von der grundlinie spielt dann ist er selber unheimlich sicher macht kaum fehler übernimmt irgendwann die kontrolle und wird die punkte machen also wir fürchten fast für david coffin dem fehlen auf hartplatz ein wenig die mittel auf sandplatz wird mir sagen okay mit ein paar stopps und slice könnte spannend werden auf hartplatz denken wir hatte einfach keine mittel um medvedev wirklich auf dauer gefährlich werden zu können deshalb eher ein vorteil dass beide von der grundlinie agieren gegen medvedev wäre jetzt ein john isner zum beispiel oder ein benoit peter die ein etwas unorthodoxes spiel haben die werden da mit sicherheit gefährlicher wenn wir auf die quoten bewegungen schauen bei dem spiel erkennen wir eigentlich dasselbe muster wir sehen damit medvedev ist der klare favorit die quote für einen sieg ist mittlerweile unter 1,5 gefallen das heißt man erkennt dass alle die masse und die profis und auch die buchmacher alle erkennen mit der zeit okay medvedev ist aktuell klar besser und die quote muss eigentlich niedriger sein bei 1,45 mittlerweile würden wir sagen ist so langsam die grenze erreicht beim value würden wir es langsam nicht mehr unbedingt drauf setzen deshalb ein besserer tipp für uns und zwar würden wir darauf setzen dass medvedev das spiel gewinnt mit einem handicap von 4,5 spielen bedeutet er muss insgesamt fünf spiele mehr machen wir wisst ja grand slam best of five das heißt man muss drei sätze gewinnen und spiel kann also schnell mal enden 6 4 6 3 6 2 und ruckzuck hat man 9 spiele vorsprung heißt er kann sich sogar wahrscheinlich einen satzverlust erlauben und kann das handicap immer noch schlagen weil es ist nicht unbedingt davon auszugehen dass die setze eng sein müssen wenn man jetzt hier medvedev gegen einen john isner stehen hätte dann würde man sagen okay dann ist noch sehr sehr guter aufschlag vielleicht gibt es ein paar tie breaks 7 6 7 6 wird eher eine knappe kiste gegen guffin haben wir bereits erwähnt der belgier hat keinen so guten aufschlag breaks werden bei dem spiel vorkommen vor allem für medvedev deshalb kann er auch schnell mal einen satz 6 2 6 1 gewinnen und damit wäre das handicap eigentlich fast schon geschlagen wir sagen also wenn medvedev gewinnt schlägt er auch dieses handicap und deshalb nehmen wir lieber diese viel viel höhere quote von 2,12 mit die ein absolut super tipp ist die begegnung findet in der nacht von freitag auf samstag statt um 2.30 Uhr ist er angesetzt deutscher zeit natürlich aus erfahrung heraus würde ich mal sagen meistens beginnt das spiel so eine halbe stunde später so drei uhr nachts genau unser einsatz beträgt wie immer wie gewöhnlich eigentlich 50 euro und mit dem tipp seid ihr auf alle fälle bei diesem spiel sehr sehr gut dabei viel erfolg